79 bitte 28 79 bitte 28 Willkommen zurück beim Terrenkonflikt Wir haben eine Mission von Marisa Collar Welcher Teufel? Genau richtig! Übermittle jetzt die Informationen Dieser Auftrag sollte kein Problem für Sie darstellen Sind Sie interessiert? Jetzt bin ich gespannt Ich mache das Und zwar mache ich das Weil ich sehen möchte Wenn die jetzt hier ankommen Ob meine Laser was machen Achso, auf der Seite habe ich ja nur einen, schade Der ist zu weit weg Zwei Gladiatoren und ein Buzzard Und der Laser dort, der ist zu weit weg Ja, wobei, einen hat er getroffen Aber ich sehe, ich muss die Dinger näher heransetzen Nee, da ist wieder Wie der die Hucke vollkriegt Pirat, Buzzard Ziel ist nun in Feuerreichweite Im Namen unseres Präsidenten und Senators Dankt Ihnen die Argonische Föderation Für Ihre Hilfe gegen diesen Eindringling Als Belohnung erhalten Sie 1000 Credits Ziel ist nun in Feuerreichweite Zack, zerstört ist er Geschützturm Sie haben sich gut geschlagen Wirklich Ihr Geld wird gerade überwiesen Der Geschützturm hier Der hat den Eingladiator zerlegt So, Springblossom, Fracht Hier muss ich mal gucken, ob ich noch ein Geschützturm an Bord habe Eingehende Nachricht Nein Schade Ja, Skiron hat seinen Auftrag beendet So, Stationseinstellung, nein Erweiterte Optionen Warenaustausch mit Kampftender Jetzt geht es nämlich los Also Projektilkanon Munition Wir haben doch gar keine Projektilkanonen an Bord Raumsprit brauchen wir nicht Energiezellen brauchen wir nicht Tormackraketen brauchen wir nicht Benji-Raketen Ich würde sagen, Benji-Raketen Benutzen wir Banshee-Rakete Transferiert Mentes-Raketen Ah, die ist schneller Mentes nehmen wir mit Mentes-Rakete Transferiert Flammenschwert-Rakete Das ist eine Schwarm-Rakete Nein, die benutzen wir nicht Die wird verkauft Flammenschwert-Rakete Transferiert Feuersturm-Torpedos Machen die langsamen Die aber eine Million Schaden machen Die nehmen wir Zyklon-Raketen Vergiss es Wecker nicht Zyklon-Rakete Transferiert Wespe-Rakete Schwarm-Rakete Die nehmen wir Moskito Jetzt geht es nämlich los Die werden zur Raketenabwehr eingesetzt Moskito-Rakete Transferiert So Gut Und den Rest werden wir jetzt mit Energiezellen aufbauen Energiezellen transferiert Alles klar So Plünderhannes Stationseinstellung verändern So Energiezellen transferiert Du bleibst jetzt in Bereitschaft Außer Was hast du jetzt noch an Krempel an Bord? Gar nichts Gut Dann bleibst du jetzt in Bereitschaft Und unser Privatmister Unser Kampftender Wo ist er denn? Da Navigation Springe und fliege zu Station Argon Prime Und zwar fliegst du mal an die Handelsstation Und versuchst dort deine Raketen zu verkaufen Undockerlaubnis erteilt Kommando akzeptiert Gut Gut So Und wir werden uns jetzt noch ein paar Raketen Quatsch hier ein paar Geschütztürme besorgen Und die zum Beispiel hier aufbauen So Weil da drüben zum Beispiel ist auch ein Geschützturm Und der kann zum Beispiel einen Gladiator Zerlegen J Trantor Da Sprungantrieb wird geladen 10% 20 30 40 50% 60 70 80 90 Initiere Sprung Erreiche System Trantor So Trantor Da ist unsere Station Was ist da rotes In meinem Sektor Ein Yaki Hier werde ich mal nicht angreifen Kontrollzentrum Alpha Vielleicht Hilft mir das ja Weil ich die nicht gleich zerlege So Andockvorgang erfolgreich Willkommen zu Hause an Bord Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt Ich nehme mal Viere mit Geschützturm Transferiert Und fülle mit Raketen Quatsch mit Energiezellen auf Energiezellen Transferiert Alles klar Wie sieht das jetzt eigentlich aus mit den Stationen, mein Besitz Omicron-Lyrey-Siliziumine Baut Siliziumeinheit Energiezellen Und hat kaum noch Kristalle her Soll er welche kaufen, Mann? Hat doch genug Geld Kontrollzentrum Alpha Energiezellen Voll Läuft Läuft, läuft, läuft Läuft Atemfleisch ist wenig Alle verbrauchten Verarbeiteten Es ist ja immer wieder Erz wird voll Silizium Eingehende Nachricht Feuersturm Torpedos sind voll Die kann er auf den Schweren Äh Auf den Skiron übertragen Eingehende Nachricht Handel Jetzt geht's Ach Nichts Wo werde ich an meine Raketen los? Schiffswerft nicht Ach Hier gibt's mal 400 Moskitos Weißt du was? Du kaufst mal die Moskitos Undockerlaubnis erteilt Kommando akzeptiert Okay So Und wir wollten jetzt Abdocken Und die Dinge aussetzen Abdocken Shift-J Omikron-Lure West-Tor Sprungantrieb wird geladen 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Initiere Sprung Erreiche System Omikron-Lure Okay Okay So Stück nach oben Und ein Stück nach vorn Okay Und hier werde ich jetzt die erste Kanone aussetzen Und alles Was hier jetzt reinkommt Kriegt dann von hier aus Von hinten Wart auf den Deckel Mal sehen, ob's klappt So Fracht Fracht Ähm Geschützturm Da Auswurf einer Geschützturm Ausgeworfen Danke Jetzt fliegen wir mal auf die andere Seite rüber So Und werfen hier auch einen aus Sehr gut Genau hier Spring Glossom Fracht Geschützturm Da Geschützturm Ausgeworfen Super So gefällt mir das Wie sieht das jetzt auf der Karte aus Hier haben wir zwei Geschütztürme und der ist weiter weg Und da müssten wir hier drüben noch Geschütztürme ansetzen Genau Die anderen beiden schmeißen wir hier drüben hin Flammschwert Rakete und Mentes Raketen Seht ihr hier Hier hat's Hier hat's ein zerlegt Das wird wahrscheinlich der Yaki gewesen sein Okay, dann fliegen wir mal rüber Oh Ich sehe da was Erweiterte Satellitenfertigung Alpha Eingehende Nachricht Auch keine Rakete Ach so Ich wollte ja jetzt hier die Moskitorakete Gekauft Sehr gut 400 Moskitos So Und jetzt muss ich die ganze Rakete doch loswerden Wo verkaufe ich Raketen? Ha, ich weiß was Navigation Springe und fliege zu Station Und zwar will ich jetzt Ähm Bei den Terranern Auf die Patrouillenbasis fliehen Andockerlaubnis erteilt Kommando akzeptiert Vielleicht hilft die ja weiter So Sie sprechen mit dem Automaten Was soll Zeitpilot? Schön von Ihnen zu hören Verschlüssel jetzt Die Daten für die Übertragung Dieser Job wird nicht lange dauern Glauben Sie, dass Sie der Aufgabe gewachsen sind? Sehr einfach Naja, komm Dass wir heute wenigstens ein bisschen was machen Eingehende Nachricht Kahuna Presse M in schwarze Sonne Oh Sprungantrieb wird geladen 10% 20 30 40 50% 60 70 80 90 Initiere Sprung Erreiche System Schwarze Sonne Schwarze Sonne Kahuna Presse M Gamma So, hier muss ich in Kommu-Reichweite kommen Asteroid 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 Kahuna Presse M Sie sprechen mit dem Automatis Was soll Zeitpilot verstanden? Erhalte Zusatzinformationen für Datenbank Er ist in Omikron-Lyray Ernsthaft? Ja, klar Sprungantrieb wird geladen Der wurde jetzt gleich von meinen Lasern zerlegt 50, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90, initiiere Sprung Oder die zerlegen meine Laser Erreiche System Omikron-Lyray Guckt euch das an Pirat Adler Warnung Energie Level niedrig Achtung Einzeherschiffe wird angegriffen Omikron-Lyray Ja Eingehende Nachricht Kampfdrohnenmanufaktur Alpha Nicht meine Laser werden angegriffen Sondern die Laser Pirat Bussard Angreifer Guck mal wie die schön drauf losballern Ziel ist nun in Feuerreichweite Ah, die überhitzen auch ziemlich schnell Seht ihr? Ha Da brauche ich gar nichts machen Krieg Keine Kriege Keine Luft Oh Atemberaubend, wa? So Vanshee Raketen Banshee Rakete Ja, die Laser funktionieren Eingehende Nachricht Eingehende Nachricht Gut gemacht Achso Ihr Kampftender Handel, jetzt geht's los Jetzt geht's nicht los Oh, ich kann aber Poltergeistraketen übernehmen Gespenzraketen haben sie natürlich keine Wie viele Poltergeister habe ich denn noch? 67 Ich habe keine Gespenzter mehr Frachtraum enthält nun Banshee Rakete Wo werde ich meine Raketen los? Springe und fliege zu Station Wo gab's noch so eine Kampfstation? Argon Handel Station Gib mal Argon Prime her Da Ausrüstungs-Doc Oder kann ich auch am Ausrüstungs-Doc verkaufen? Beber Andock Erlaubnis erteilt Kommando akzeptiert Mal, wir probieren's mal So Argon Ausrüstungs-Doc Und wir fliegen jetzt auch hier zum Ausrüstungs-Doc Einfach Damit wir unsere Folge beenden können So Dann kriegen wir hier nämlich endlich mal Ordnung in den Laden Und können uns endlich mal um die Wirtschaft kümmern Was sagt eigentlich meine Wirtschaft? Die sagt, dass ich 9 Millionen auf dem Konto habe Na dann sage ich Mit 9 Millionen auf dem Konto Danke fürs Zuschauen Macht's gut bis zum nächsten Mal Und see you later Undock-Vorgang erfolgreich Im Namen unseres Präsidenten und Senators Fühlen wir uns geehrt, Sie an Bord willkommen zu heißen Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt Ich bin live Ich bin live fine Vielleicht wir ımız Wie